An diesem Wochenende wird in und um Bärenfels wieder hochkarätiges Puppentheater geboten. Das Osterzgebirgische Puppentheaterfest hat auch im 11. Jahrgang für Kinder und Erwachsene einiges zu bieten. Die erste Veranstaltung fand am Freitagvormittag im ehemaligen Bahnhof Kipsdorf statt. Hier waren die Kinder des Dipoldeswalder DRK-Kindergartens Märchenland zu Gast, um den Froschkönig zu erleben. Ein Handpuppenspiel nach dem Märchen der Gebrüder Grimm, gespielt von der Puppenbühne des deutsch-sorbischen Volkstheaters Bautzen. Die Märchenerzählerin packt alles in ihren Koffer, was sie zum Spielen braucht. Die Kinder helfen ihr dabei. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Prinzessin, ein Himmelbett, ein Seidenkisten, einen König, einen Frosch, eine goldene Kugel, ein Schloss mit fünf Türmen und eine Kutsche. Sie packt hinein, den Frosch, die Prinzessin, eine goldene Kugel, ein Himmelbett und den König. Der König muss regieren, der Prinzessin ist langweilig, sie spielt mit ihrer goldenen Kugel und die fällt in den Brunnen. Und jetzt kommt der Frosch ins Spiel. Noch bis Sonntag gibt es in den verschiedensten Spielstätten in und um Bärenfels anspruchsvolles Puppenspiel zu erleben. Es soll sogar auch noch Restkarten geben. Das Programm können Sie auf der Homepage www.puppentheaterfest.de nachlesen. Und dann soll ich dich nicht mitnehmen. Was? Und dann soll ich dich nicht mitnehmen.